Durch deine Hände Na mit was Beweg nichts Hier Aber warum Untergruppierungen verstehe ich nicht Lass dich hier mit dir Jo Bruder komm Wir machen Woher? Ich? Ja mit der Cappy hier Hahaha Mit der Uau Welcher denn? Mit der Cappy nach vorne Ich hab die damals schon richtig kennengelernt, das ist richtig Ja Hat mich schon gereicht Junge was ist denn hier so witzig? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Also ich hab nur erzählt, dass ich hier Mehr mit Midnight zu tun hatte heute an dem Tag Als früher, als ich in eurer Untergruppierung war Tja Wirst du mal Tja da würde ich jetzt auch weg gehen Du laufst gleich 5 mal um den kompletten Hafen Dann schauen wir mal wie du Asthma hast Kann ich laufe oder kann ich gehe? So ich kann nicht, ich hab nicht geschwund Lass mal so machen, dass wir jetzt einfach jeden Tag von ihnen eingesackt werden Machen wir jedesmal wegen des Sport alter Das ist da dieser irgendwann gesund auf der Zeit Ja Außer man hat erstmal wie ich Da kann man dann nicht jeden Tag machen Was mach ich mit euch? Alle vier mit Auf Ja, sie können mir gerne zurückfahren Ich hab ja auch Habt ihr gehört, ihr sollt mitgehen? Ihr sollt mitgehen Der Dorf alter Kannst du dich nicht voll Alter, dann hätten wir was im Kopf haben die Wua bacteria Ich geh mit der Käppi hier Mit der Käppi hier Mit der Käppi hier